Hallihallo, heute mal wieder mit Mikro. Ich hoffe, dadurch ist die Qualität besser. Ja, ich habe bei Diamond Art Club bestellt. Do what makes you sparkle? Ist ja immer was ganz Besonderes. Ich freue mich mega darauf. Eine gute Freundin hat mich verleitet. Dieses Mystery, mein allererstes Mystery zu bestellen. Ich habe gesagt, hey, ich kaufe mir das und guck mal. Und da hatten wir bei Instagram auch den Künstler gezeigt. Und ja, ich bin gespannt. Wir packen das jetzt aus. Wie gesagt, es ist mein erstes Mystery und es war eine Vorbestellung. Also ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber das war eine Mystery-Vorbestellung. Es sind, glaube ich, drei Mysteries rausgekommen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt und da einen Art Club bestellt, unbedingt den E-Mail-Newsletter aktivieren. Dann kriegt ihr da auch immer eine Info drüber. Auch über andere Sachen, Aktionen, Bilder-Releases, Release und ja. Ich bin so gespannt. Ich habe nicht nur ein Bild bestellt, sondern auch noch ein Tool, weil ich... Das Video kommt wahrscheinlich vor diesem Video. Mal schauen. Ich habe noch ein anderes Bild und da habe ich ein Toolkit dazu bestellt. Also so ein Tool. Und ich bin so begeistert. Ich benutze nur noch das als Mehrfachaufsetzer. Zeige ich euch. Und ich musste mir deswegen noch was anderes bestellen. Zeige ich euch auch zuerst, bevor ich euch das Bild zeige. Oh, erst mal alles hier raus. Ja. Man kann ja bei Diamond Art Club Punkte sammeln. Und ich habe hier einen Single-Placer. Den hatte ich irgendwie letztes Mal schon verpasst einzulösen. Ich glaube, es ging eine Kombi nicht. Ich hatte, glaube ich, einen Gutschein, also einen Prozent-Rabatt-Code. Und das funktionierte nicht mit diesem Code noch dazu. Da muss man immer schauen. Und ich habe mir den Einzelsetzer durch meine Punkte, die ich angesammelt habe, mitbestellt. Muss man in den Warenkorb packen. Und dann wird es automatisch abgezogen. Und diesen Vierer. Ich habe jetzt noch einen Sechser. Und ja, ich konnte mich nicht entscheiden, Vierer oder Fünfer. Und ich habe mich jetzt für einen Vierer entschieden. Aber auf diesen Einzelsetzer bin ich richtig gespannt. Werde ich auch gleich im Anschluss testen. Genau. Aber ich bin auf jeden Fall begeistert. Ich kann sie nur empfehlen. Es gibt welche, die kommen nicht so gut damit klar. Und ich komme aber super damit klar. Und bis jetzt passten sie auch auf alle meine Stifte rauf. Und wie ihr seht, auch hier haben wir diesen Holo-Effekt auf der Verpackung drauf. Ja, finde ich cool. Haben wir hier ja auch. Und dann kommen wir gleich mal zum Bild. Ja, dieses gute Stück habe ich mir gekauft. Ein Misery Kit. Thema Animals. Und von Wimsicle. Wimsicle, nicht Animals. Wimsicle in Klammern. Und von Jeremy Kettner. Richtig cool. Ich bin gespannt. Es ist ein Squared Kit. Das erkennt ihr mal hier dran. Ein rundes Kit hat immer ein, ja, ein rundes Symbol. Und dann ein Rot. Und hier haben wir halt dieses hier alles so in Blau gehalten. Das ist mein aller, allererstes Mystery von Damit Art Club. Und ich habe generell erst zwei Mysteries hier. Und gerade erst mein erstes begonnen. Mysteries sind ganz cool. Also, wenn ihr nicht wisst, was es ist. Es ist eine Leinwand. Und man weiß nicht, was für ein Bild da rauskommt. Wir packen das mal aus. Wir haben natürlich hinten wieder eine schöne Anleitung. Der Fokus möchte heute nicht so. Wir haben hier eine Anleitung in Deutsch. Aber auch mit Bebilderung. Was inklusive ist in diesem Kit. Und ja. Genau. Packen wir gleich mal aus. Dann gibt es hier noch einen 10% Code. Also, ihr habt grundsätzlich. Bitte, da mit Art Club. Bestellt da nur mit Code. Diesen 10% Code hier. Können Sie gerne nutzen, wenn ihr möchtet. Und es gibt natürlich auch noch andere YouTuber, die einen exklusiven Code haben. Wenn ihr sie unterstützen möchtet, macht das auf jeden Fall. Oh, ich muss erst mal das Papier hier aufkriegen. Jetzt habe ich die Schere schon weggepackt. Das kriegen wir doch auch so hin. Ja, wie gesagt. Ich werde es mit einer Freundin zusammen anfangen. Das war auch so Mitgrund, dieses zu bestellen. Und weil ich halt noch nie eins hatte. Von damit Art Club. Ja, ohne Nägel. Meine Nägel habe ich jetzt relativ kurz. Ich habe das Gel erstmal abgemacht. Auf unbestimmte Zeit. Einfach damit meine Nägel regenerieren. Ist das schon ein bisschen was anderes ohne Nägel. Manche Sachen klappen besser. Und manche Sachen klappen einfach schlechter. Wir haben ein Sticker-Sheet immer dabei. In dem Fall haben wir Dieses Mystery-Zeichen. Natürlich dieses Fragezeichen. Dann haben wir das Bild nochmal eingepackt. Falls der Umkarton nass wird. Da passiert bei Diamond Art Club überhaupt gar nichts. Weil wir hier das Bild nochmal extra geschützt haben. Wir haben diesen schönen Light Spruch. Do what makes you sparkle. Ich liebe ihn. Und wir haben ein Toolkit. Bin ich sehr gespannt. Das gucken wir jetzt als erstes mal rein. Von der Größe ist das Bild ganz okay. Also eine ganz ordentliche, schöne Größe. Nicht zu groß, nicht zu klein. Wir haben natürlich eine Pinzette wieder mit dabei. Und ein Schiffchen. Ganz viele Zippbeutel. Und wir haben ein Blümchen dabei. Meine Freundin hat den in lila. Und ich habe den in gelb. Gelb ist ja nicht so meine Farbe. Aber ich freue mich. Es ist ein Goodie. Und man freut sich. Egal was da drin ist. Wollte ich gerade sagen. Natürlich hofft man, dass da immer... Ich hatte zum Beispiel noch nie einen Macaron. Aber der ist mega cool. Und natürlich freue ich mich auch darüber. Schön frühlingshaft. Genauso wie das Washi-Tab. Ja, das könnte auch ein bisschen herbstmäßig sein. Da haben wir viele schöne kleine Blätter drauf. Und Blümchen. Dann haben wir einen grünen Stift mit Squishy dabei. Genau, den mache ich da später drauf. Dann haben wir eine Pinzette mit dem Diamond Art Club Branding. Einen Schutz für die Pinzette. Ihr seht, wie spitz die ist. Ich liebe sie. Sie ist am besten, wenn man zum Beispiel mit der Pinzette sogar legt. Kann ich nur empfehlen. Auch das Wachs mag ich richtig gerne von Diamond Art Club. Mit dem von Karat Art. Mein Lieblingswachs. Da haben wir zwei dicke Plättchen. Gucken wir mal, wie dick die Plättchen sind. Ja. Und das Herz kann man ganz gut als Müllsammler hinterher noch benutzen. Um jetzt Reststeinchen. Steinchen, die ein bisschen kaputt sind, da rein zu tun. Oder Wachsreste. Wir haben hier Aufsetzer dabei. Die schmalen, die sind super. Einmal ein Vierer und ein Sechser. Oder ein Dreier und ein Sechser ist das. Ein Dreier und ein Sechser ist das. Und die Tütchen natürlich. Das Schiffchen. Früher, es sind bei Diamond Art Club. Ich habe bei keiner Firma schon so viele verschiedene Schiffchen gehabt. Also von weiß mit Stöpsel. Und durchsichtig. Ich glaube, das ist jetzt die dritte Variante, die ich hatte. Die sind am stabilsten. Das letzte mit Glitzer, was ich mit am schönsten fand, ist leider, dass sich das gebogen hat. Dies ist richtig, richtig stabil. Und hat auch eine schöne Form. Also ihr habt alles mit dabei bei Diamond Art Club. Und die Qualität spricht einfach für sich. Ich kann die Firma einfach nur wärmstens empfehlen. Und ja. Gebt euch mal diese Qualität. Tut euch was Gutes. Spart dafür. Es lohnt sich. So, wir kommen gleich mal zum Bild. Weil der Glanz, den Glanz, das kann ich immer nur sagen, den Glanz, den Diamond Art Club bei den Bildern hat, habe ich wirklich bei keiner Firma gehabt bisher. Weil es ist einfach krass, wie das glänzt. So, wir machen das einmal auf. Ach, wir haben, das mache ich jedes Mal, ne? Also, ich muss das hier aufreißen. Wir machen es natürlich hier auf. So. Hätten wir uns ersparen können, ne? Aber ich schmeiße die Folie eigentlich trotzdem immer weg. Oh ja, wir haben eine richtig schöne, flauschige Leinwand. Und wir haben einen abgesteppten Rand und einen Wellenrand. Das heißt, dass es hier nicht irgendwie sich aufribbelt. Aber das ist mir auch noch nie passiert. Auch noch bei gar keiner, bei keiner einzigen Firma. Und ja, wir haben hier diese schöne, diese schöne Leinwand, wo man natürlich nichts sieht. Ich hoffe, dass man nichts sieht. So, auf Anhieb kann ich jetzt auch nichts sehen. Wir haben hier, wie gesagt, eine schöne Größe, wie man sieht. Wir haben ein Sticker-Sheet mit dabei. Hier kann man auch eintragen, wann man anfängt. Hier steht nochmal der Künstler dabei. Also, es ist ein lizenziertes Bild. Und der Künstler bekommt da auch seinen Anteil. Und ja, wir haben hier 45,1 x 67,5 cm. Wir haben sehr interessante Größen. Am besten nehmt ihr dann einen Bilderrahmen, der einfach größer ist. Ich mache es dann, dass ich einfach Pappe oder irgendwas Dezentes, entweder weiße oder schwarze Pappe, dahinter lege. Das mache ich sehr gerne. So, dann haben wir natürlich keine Farben. Wir haben hier nur Buchstaben, Symbole. Und 48 Farben haben wir. Wir haben hier zwei Fairy Dust-Steine und unter 150 zwei AB-Steine. Äh, Farben. Nicht Steine, sondern richtige Farben. Ein bisschen, zwei Steine wären ein bisschen wenig. Also zwei AB-Farben und zwei Fairy Dust-Farben. Die Welle ist für mich neu, kenne ich so gar nicht. Ja, das Symbol, das kenne ich noch nicht. Die Wellenrutsche. Genau. Und die Sticker kann man sich hier so abmachen. Und das ist super, um das dann auf die Aufbewahrung zu kleben. Ich mache mir meistens noch die Zahl vorne. Die schneide ich mir ab. Genau. Und ich liebe es, dass man es vorgefertigt hat und nicht noch schreiben muss. Ja. Dann haben wir hier noch ein Download. Genau, 20% bekommt man bei der ersten Bestellung. Und dann ist hier nochmal Thank You 10. Den könnt ihr gerne benutzen. Dann bekommt ihr 10%. Wir haben ein... Ja, hochkant ist das Bild. Ihr seht, hochkant. Eher länglich sozusagen. Wir haben 48 Farben, hatte ich ja eben schon gesagt. Und wir haben einen sehr interessanten Druck. Ich kenne es bei Mysteries, dass man schwarz-weiß hat. Aber das finde ich auch ganz cool. Obwohl, das ist ja hier ein bisschen verwirrend. Wir haben... Ich dachte jetzt, dass die Symbole vielleicht sich ein bisschen unterscheiden. Aber wir haben hier... Also der Druck ist erstmal einmalig gut. Ihr seht, wie die Leinwand glitzert. Wir haben hier eine Glitzerleinwand. Die Leinwand ist wieder ein bisschen anders als die letzten, die ich habe. Gefühlt. Also da ist da mein Art Club immer wieder, dass die sich da verbessern. Was ich richtig gut finde. Wir haben... Haben wir das hier schon? Es gibt nämlich jetzt neu... Ja, wir haben es. Präferierte... Also erstmal... Wir fangen... Gucken uns nochmal die Verwirrung an, die ich gerade hatte. Wir haben hier das gleiche Symbol, aber in verschiedenen Farben. Ähm... Ich weiß nicht, was für einen Sinn das so wirklich hat. Ja. Schaue ich mal, wie ich damit klarkomme. Ähm... Also wir haben hier einen Blauton, einen Orangeton, einen Rosaton durchweg durch das ganze Bild. Ein gepunktetes Bild sozusagen. Und... Ähm... Ja. Man paintet dann einfach blind, sage ich mal. Ähm... Mit den Farben. Wir gehen einfach nur nach Symbolen und nicht nach Farben. Und dann sehen wir, was am Ende herauskommt. Für ein schönes Künstlerbild. Genau. Was mir gerade aufgefallen ist, wir haben hier jetzt... Das ist noch nicht so lange. Ich glaube, ein paar Monate. Ob das seit diesem Jahr ist oder letztes Jahr, November, Dezember schon war. Irgendwie so. Und den Dreh haben sie jetzt neu diese präferierte, ähm... Folie. Die Folie ist dick. Sie ist ein bisschen dünner als sonst. Ich denke mal, dass es auch mit einer Präferierung zu tun hat. Ähm... Wir haben hier tatsächlich 5... Mal 10 cm Felder könnte hinkommen. Und wir können das dann einfach so einreißen. Und wir brauchen das nicht mehr schneiden. Wir brauchen hier nur... Ja. Wir brauchen hier nur ein bisschen reißen. Und dann können wir Feld für Feld painten. Das ist cool. Das ist neu. Gefällt mir gut. Werde ich auf jeden Fall mitarbeiten. Genau. Ja. Ich werde mal... Oh, was ich erkennen kann, sind da oben Wolken. So kleine Wolken mit Gesichter. Wie süß. So Kawaii-Wolken. Ja. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ähm... Bitte nicht spoilern. Wenn ihr schon eine Ahnung habt. Ähm... Aber ich könnte mir mal sagen, ob ihr auch oben diese Wolken mit Gesichtern seht. Seht. Und dann ist irgendwie so etwas Katzenartiges. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. So. Und dann... Könnt ihr gerne mal eine Story gucken bei Instagram. Oder... Ich werde damit starten. Am 20. Und... Richtig cool. Richtig cool. Und... Äh... Da werdet ihr auch was in meiner Story zu sehen. Ich kann mir mal sagen, ob ihr schon mal ein Mystery von, ähm... damit Art Club gepaintet habt. Oder im Stash habt. Und... Ja. Ja, ich bin gespannt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und... Achso. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Äh... Wie wäre es mal mit Farben? Hallo. Wir haben hier richtig schöne... Wow. Richtig krasse Grün-Töne. Also bitte nicht abschalten jetzt, ne? Also wir gucken uns nochmal ganz schnell die Farben an. Hihi. Oh Mann. Wir haben ein schönes Blau. Zweifelschneid-Blautöne. Oh. Richtig schöne Farben. Schön bunt. Aber auch viele Abstufungen sehe ich gerade. der einzelnen Farben hier. Ich würde sagen, wir schauen einmal so von oben rein. Sonst kriege ich das dann nicht mehr rein. Äh... Ich schaue, vielleicht kriege ich noch, ähm... die ein oder andere Abi- oder Flöbeldassfarbe zu fassen. Wir haben hier richtig schöne Pastelltöne. Von Lila, Blau, Gelb, Grün Pastelltöne. Richtig cool. Ja, hier haben wir schon eine AB-Farbe. Wir haben hier ein wunderschönes Blau als AB-Farbe. Das ist die 120. Und dann haben wir viel von Gelb, von der 3078. Farbmäßig sind wir gut bei Pastelltönen. Viel Grün und viel Blau und viel Lila. Und viel Gelb. Rot haben wir nicht so viel dabei. Brauntöne auch nicht. Schwarz haben wir... Drei 310-Packungen. Ich finde, das geht noch. Eine weiß. Also eine 3865. Und mega cooles Grün. Guckt mal bitte. Einmal das Grün. Und einmal dieses Pastellgrün. Und wir haben hier natürlich Harzsteine. Wir haben hier einfach die beste Qualität für mich auf dem Markt, was Steine betrifft. Und ja, die eine AB-Farbe, dann müssen wir jetzt noch eine Fairy Dust. Also AB sind Aurora Borealis. Seht ihr, sie haben diesen Schimmerglanzüberzug. Und da haben wir ein A-Club, hat pro Bild immer AB dabei. Es gibt kein Bild ohne ABs mittlerweile. Fairy Dust ist, glaube ich, mittlerweile auch schon Standard. Fairy Dust gibt es noch nicht so lange. Also die neuen Bilder haben alle Fairy Dust und AB-Steine. Oder halt Metallic-Steine dabei. Dann haben wir hier noch den AB-Ton. Da. Das rosa. Richtig schön. Also wir haben diesen Glanzbezug hier im Farbton der Farbe. Es gibt auch so einen blauen Überzug, der so ein bisschen dunkler ist und nicht immer der gleichen Farbe entspricht. Deswegen sage ich das so. Dann haben wir hier ein Gelb, ein Z. Ich zeige euch das mal. Seht ihr diesen feinen, ähm, ja, es ist ja, Fairy Dust heißt ja Feenstaub. Und ja, wir haben so ganz, ganz kleine silberne Glitzerbeschichtungen drauf. Das sieht so cool aus. Ist sehr dezent im Gegensatz zu ABs, aber sehr interessant. Und dann fehlt jetzt noch eine Fairy Dust Farbe, die ich jetzt so nicht finde. Aber ich finde das jetzt, äh, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber ihr habt gesehen, was ich an Fairy Dust Stein meine. Genau, da müsste noch eine Fairy Dust bei sein. Schaue ich mal, ob ich sie gleich noch finde. Ja, aber ihr seht richtig schöne, knallige Farben. Und viele Ton-in-Ton-Abstufungen. Ja, am meisten, glaube ich, haben wir hier blau vertreten in dem Bild. Blau und gelb. Ja, richtig schön. Ich bin mega gespannt. Und Updates seht ihr dann auf meinem Instagram-Account. Und vielleicht auch mal im Short. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.